Oh nein! Alles okay, Eko? Wer hat das gesagt? Hey Mia! Toller Auftritt! Hey, Mo! Yoko! Hey, Mia! Und schau, der ist dein neuer Freund. Ist er aus deiner Welt? Hübscher Junge! Nein, ich hab ihn zufällig getroffen. Das war ja ein heftiger Treffer. Wow! Alles okay mit dir, Digger? Bist du ein Vogel? Mo, wir müssen mit deinen Eltern reden. Zentropia ist in Gefahr. Bring your fire! Toll, wieder hier zu sein. Wo kommst du denn her? Ich hab dich gefragt! Du zuerst! Was? Ich bin auf einer Mission, um Zentropia zu retten. Warte! Bleib wo du bist, du Luftpiratin! Piratin? Ich bin Mia, ich bin hier, um zu helfen. Pass hier nichts an! Aber... Meine Schwebewelle! Nein! Geh mir aus dem Weg, du Saboteurin! Es tut mir leid. Witze, lass mich helfen! Ich hab alles im Griff! Ich kann auch! Bist du sicher? Ich sag doch, ich hab alles im Griff! Geh mir aus dem Weg, ich hab alles im Griff! Bring your fire! Reite wie der Wind! Das ist Topso? Ja, oder? Voll eklig. Und er ist stärker als je zuvor. Er hat seine schwarze Magie benutzt, um die Wachen meines Vaters in willenlose Sklaven zu verwandeln. Wie furcht? Mein Vater starb bei dem Versuch, ihn aufzuhalten. Das tut mir leid. Kaiserin Schuber schickt mich, um eine Armee zusammenzutrommeln. Wenn wir Toxor nicht auf der Lotus-Insel aufhalten, dann... ...wird er alle Inseln einnehmen. Wer ist die da, die sich Toxor entgegenstellt? Die Heldin von Centopia. Vielleicht kann sie uns helfen. Sie hat diese Welt schon lange verlassen. Aber dass du gerade jetzt hier bist, Mia, genau in dem Moment, als Toxor ausgebrochen ist, das kann kein Zufall sein. Wie lautet das Orakel, Mia? Das Orakel? Ein gewaltiges Unheil wird das Land für immer zerschlagen, wenn nicht das Kind aus fernen Landen und der neue Freund drei Hoffbarkeiten zusammentragen. Warte, mein Befehl lautet, eine Armee zu sammeln. Nicht irgendwelche kostbaren Dinge zu suchen. Was ist überhaupt dieses Orakel? Die Orakel bringen mich von meiner Welt nach Centopia. Mir fehlen die Sonne am Wasser mit Mom und Dad. Ich dachte, vielleicht lässt du das Buch dieses Mal zu Hause. Würden deine Eltern nicht wollen, dass du anfängst, eigene Geschichten zu erleben? Das sind meine eigenen Geschichten. Mia? In einem geheimnisvollen Buch. Wahnsinnsauftritt, Mia! Schön, wieder hier zu sein. Liegt eine Welt voller Wunder. Willkommen zum Tanzwettbewerb zur Sonnenwende. Leg los, Fadde! Oh, was ist hier los? Toxor. Was? Endlich frei. Der Kinofilm zur Erfolgsserie. Centopia ist in Gefahr. Er hat die Wachen mit schwarzer Magie in willenlose Sklaven verwandelt. Der einzige Weg, ihn zu besiegen, ist mit dem großen und mächtigen Sturmeinhorn. Wir müssen es finden. Ich bin das große Sturmeinhorn. Wie jetzt? Du kannst sprechen? Aber klar, ich spreche fließend Rache. Schwein? Ente? Wir sind erledigt. Das können wir unmöglich schaffen. Ico, wir sind ein Team. Wir halten zusammen. Komm! Ja! Ja! Ja, ja! Schwenk die Hufe! Ich bin hier, um Centopia zu retten. Stürz dich ins Abenteuer. Zeig keine Gnade! Wir schaffen das! Erlebe die Magie. Es wird Zeit, dass ihr den Donner zu spüren bekommt! Rette die Welt. Was geht hier vor? Wow! Das ist eine lange Geschichte. Mia and me. Ich kann auch krabbe, wobei Krabben nicht wirklich reden. Die machen eher Stepptanz-Pantomime. Sieht ungefähr so aus. Aha! 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 Im Kino. Erlebe. ater Vielen Dank.